Das ist schon ein bisschen mehr. Alter, das sift ja richtig darunter. Ja, aber sonst ist er drücken zumindest. Jetzt hören wir mal auf, machen wir weiter. Ja, meine Lieben, willkommen im nächsten Video. Ich bin schon wieder fleißig dabei. Roni hat nämlich zu spät wieder Kamera in der Hand gehabt. Wir sind wieder am Mini Cooper. Und Mini Cooper sind jetzt die neuen Zündspulen da und die neuen Zündkerzen, die brauchen wir gleich ein. Er läuft ja jetzt schon wieder. Ich hatte ja gesagt, ich mache das halt prophylaktisch, dass ich die Sachen mitmache, damit alles gemacht ist. Allerdings haben wir uns den Ventildeckel angeguckt oder jetzt hinten, weil der eine YouTube Kommentar war super. Das gleiche habe ich mir auch schon gedacht, dass er nicht eventuell Falschluft zieht bei allen vier mit zu mager. Und jetzt werden wir das Auto mal überprüfen, ob der irgendwo, ja, vielleicht Falschluft zieht. Dabei ist mir oben Ansaugtrakt schon aufgefallen. Das Rohde Chargepipe ist das, die irgendwie so Richtung Turbo irgendwie ein bisschen locker ist. Vielleicht zieht er dadurch Falschluft. Das kann natürlich auch eine Sache sein, warum er das nicht immer macht. Je nachdem, wie du Gas gibst, dass das Rohr sich so ein bisschen versetzt, dass er da einmal so einmal so kurz zwischendurch ein bisschen Falschluft schnüffelt. Das gucken wir uns jetzt mal an. Dabei sehe ich schon, dass Ventildeckel ein bisschen undicht ist. Das heißt, das wird auch noch kommen, das Thema. Ja, also ein bisschen, das ist schon nicht mehr Schwitzen, ne? Ne, guck mal hin. Das ist schon ein bisschen mehr, ey. Naja, aber sonst ist er drücken zumindest. Ja, und dann wollen wir mal schauen. Alter, jetzt siehst du ja gar nichts, aber da schwitzt ja schon ordentlich, ne? Ach du Heiligenschein. Guck mal, das läuft hier überall, der ist ja komplett zugesiftet. Da ist das Röhrchen. Das Röhrchen ist auch irgendwie, da war ganz komisch, von oben da rein und dann nochmal mit so einem Knick an den Turbo. Alter, das sifft ja richtig darunter. Ich hab grad richtig gesehen, wie da so ne Nase runtergelaufen ist. Ja, und dann haben wir hier die Ecke, was dann in den Ladeluftkühler geht. Aber, Alter, du kannst ja gar nicht reinpacken, so versifft ist das. Ja, wir gucken jetzt einfach mal, ne? Vor allem, was ist das denn hier eigentlich? Was soll das sein? Ja, es geht zum Turbolader da irgendwie. Hier haben wir keine undichten Stellen. Von hier unten siehst du mal wirklich, wirklich gar nichts. Aber es ist super, es ist super schrauberfreundlich, richtig geil. Wir können jetzt halt nicht oben und unten gleichzeitig gucken, das ist das Problem. Der ist schon drauf, so ist es nicht. Alter, du weißt, wie viel Öl der verliert? Hey, der Witzker. Gibt's denn für die eine Dichtung oder gibt's für diese Deckel da keine Dichtung? Das kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß, dass der schon mal gemacht worden ist und dass der hier einfach gerade tierisch vollgesaut ist. Und die haben es ja eingeklebt wie die Ochsen. Wenn deine Lambda-Sonne tauschen muss, sieht das aus, als wenn dein Motor ausbauen muss. Weißt du, was wir brauchen, Ronny? Wir brauchen diese Nebelmaschine. Das wäre geil. Um das Ganze hier ein bisschen dramatisch aussehen zu lassen, oder was? Ja, und auch jetzt, wenn du da jetzt irgendwo einen Leck hast, würdest du das sehen, weißt du? Ach so, das meinst du. Ich schreibe auch Öl. Wir machen jetzt folgendes. Wir tauschen jetzt erstmal die Spulen und die Zündkerzen. Gucken dann mal an, wie die ganzen Werte sind. Das klingt dann nach dem Plan, oder? Sinnvoller wäre, jetzt mal einmal zu gucken, wie... Scheiße. Also der sagt ja immer schon zu Mager im Fehlerspeicher. Deswegen würde ich das jetzt mal tauschen und mal gucken, ob das Abhilfe bringt. Warum habe ich die denn ausgezogen? Gut. Wie oft haben wir jetzt diese Zündkerzen noch schon rausgeschraubt? Okay, dann machen wir das mal eben, oder? Mal eben. Ja, filmst du schon? Super. Also, wir haben die Schraube hier losgemacht und ich kann ihn so anheben. Das heißt, der sitzt da gar nicht richtig drauf. Und wir gucken mal, ob durch diese ganze Software-Ballerei hier, das alles noch so ist, wie es sein soll. Aber ich sehe schon, kommt... Kann man das hier abbauen? Muss man hier das... Hier oben sind diese Plastikdinger. Also bauen... Ja, aber das bringt ja nichts. Dann musst du hier mit Scheinwischer ausbauen, alles machen. Ja, aber kriegst du das nicht dann weg? Darunter rausgezogen war es? Ich weiß nicht, ob dein Mini Cooper... Hier ist ja auch dieses Hitzerschutzband runter. Und hier ist auch noch ein Schlauch dran und halt. Kauf dir Mini, ey. Wusstest du... Also habe ich dir das schon mal gesagt? Ich habe das auch, glaube ich, schon mal in einem Video gesagt. Das Mini Cooper... Ich finde die eigentlich geil, ne? Ich wollte damals auch einen haben. Aber größter Müll. Die sind schnell und so, alles cool. Aber hier dran zu schrauben, die Fehler... Könntest du dich mal an den anderen erinnern? Wo der mit dem Öl und so... Wir haben da wie die Idioten... Die Kamera ist unten im Motor reingebaut. Kamera ist unten im Motor reingebaut, damit... Ne, der Ring... Der Ring ist in Ordnung. Ich brauche Licht. Radzamzam... Und ich wette mit dir... Wenn wir das dicht kriegen sollten... Läuft der auch in der Standplätze nicht mehr so hoch. Weißt du, was ich glaube? Der ist einfach nur nicht draufgeklipst. Das heißt, wenn wir das schaffen... Weil... Wir mussten ja so da drauf klipsen. Ja, aber da musst du nicht... Müsst du nicht vorher den Ring dafür ziehen? Ne, da musst du nicht. Es geht auch so... Ich kann den so verbauten... Ich glaube, ich habe es geschafft. Heiß. Ich kriege den nicht mal nach oben. Ist schon drauf, oder? Ja. Aber ich frage mich, wie der runtergehen kann. Im Endeffekt... Kann das schon eigentlich... Hier ist ja auch schon... Guck mal, das ist auch schon abgebrochen. Weil das war hier drunter geschraubt, ne? Mhm. Wenn du das drunter schraubst, kommt das viel höher. Das heißt, hier stimmt doch was nicht. Ach, ich habe mich voll verbrannt. Muss er ans Ohrläppchen halten, hat meine Oma einmal gesagt. Aber das ist richtig. Ne, das ist schon richtig so. Aber Fakt ist... Alter. So, ich mache jetzt die Schraube da rein. Eine neue. Und dann wirst du dich wundern, wie fest das Ding sitzt. Und das ist auch das Problem. Ich muss da ans Ohrläppchen halten, meine Oma... Ans Ohrläppchen, nicht an der Zungenspitze. Wo hast du denn dein Ohrläppchen, Alter? Kennst du das nicht? Am Ohrläppchen lecken... Mit der Muschel und dem Meer. Ja. Ja, ja, ja. Am Oberschenkel eine Muschel. Im Oberschenkel eine Muschel tätowiert hast. Und dein Ohr dran hast. Dann kannst du das Meer riechen, ne? Pssst. Rocker hat mir gerade ein geiles Video gezeigt. Da macht einer so einen Form vom BMW. Fängt so hinten am Zeichen an. Hat die Kamera aber so rum gehalten. Du siehst das Auto richtig rum. Er geht so. Dreht sich so. Macht so den Formen so. Und du siehst wie das Auto am Dach liegt. Vor der Achse rausgerissen. War auch gut. So. Ja. Ähm. Dank der Info in den Kommentaren. Also liebe Grüße gehen da nochmal raus. Wir haben uns das in der Aufnahme, als ich ja gesehen habe, gemischt zu Mager auf allen 4 Zylindern, dann habe ich mir sowas schon gedacht. Wir haben ja jetzt wie gesagt oben das Ladeluftrohr da, die Ansaugung, das Rohr war ja definitiv lose. Lambda-Werte, blendet Ronny euch jetzt mal ein. Ich fahre 2000 Umdrehungen. Wir geben mal Gas. Dann passiert auch was. Ja, ist schon okay, ne? Gut. Wir haben da unten die Lambda-Soll-Werte. Das hat wahrscheinlich auch wirklich was mit der Schubabschaltung zu tun. Aber wir sind immer so auf 1 unter 1. Und das ist nicht mehr zu mager. Alles was ja wirklich über 1 ist, ist zu mager, ne? Ich muss jetzt auch dazu sagen, gerne mal euer Fachwissen da rein, weil mit dem Thema habe ich mich echt zu wenig beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Also, wo perfekte Lambda-Werte liegen. Du hattest vorhin auch mal auf dem Klo, hast du gesagt, ne? Um Scheiß aus, hast du gelesen. Ja, ich weiß ja, dass die irgendwie, aber ich wusste nicht mehr, hohe Zahl niedriger Wert und niedrige Zahl hoher Wert oder ungedreht. Also, es ist ja so, dass hohe Zahl ist zu mager und niedrige Zahl ist fett. Ja. Ja, wie gesagt, das scheint schon mal ganz gut zu funktionieren. Ich weiß, wenn ich hier drehe, dann ist es wieder Randale, meinst du? Ja. Ich habe übrigens voll das coole Erlebnis gehabt, das kann ich auch mal eben noch im Video erzählen. Ich war heute bei unserem Rewe, also bei dem Rewe, wo wir beide waren. Und bei dem Rewe bin ich dann rausgefahren und von rechts kamen ganz viele Autos und ich wollte mal eben noch schnell vorne her. Und ich fahre raus und bin richtig, also ich stand richtig schön quer, ne? Ich stand richtig schön quer und richtig schon so schön gezogen bis zur Ampel, ne? Und gucke und sehe, dass vorne an dieser, das ist ja so ein T-Stück, steht die Polizei. So, da bin ich dann links abgebogen und das wird dann zweispurig, dann standen die neben mir. Also ich stand rechts, die standen links. Haben die nicht angeguckt? Und er macht das Fenster runter, ich habe dann logischerweise auch das Fenster runter gemacht und er sagte so zu mir, was war denn das gerade? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sagte, ja das ist blöd jetzt, Entschuldigung, aber ich wollte noch da vorher und da kam der ein bisschen quer. Und er so, ja, sah gut aus, ein schönes Auto, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ne? Krass, oder? Also ich stand, also ich bin wirklich so richtig schon so ein Powerslide, richtig schön quer gefahren und der Polizist, war auch ein jüngerer Polizist, sah geil aus, ein geiles Auto, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Habe ich noch nie erlebt, noch nie. Ich habe das Fenster so, ich habe, das war richtig unangenehm, ich mache das Fenster so wieder hoch und denke mir so, okay, bleibt ganz entspannt und cool. Richtig cool. Also das darfst du eigentlich gar nicht erzählen, weil sonst kriegen die hinterher dafür noch einen drauf, aber ich meine, ist ja, ich habe im Endeffekt ein bisschen zu viel beschleunigt, der ist ein bisschen quer gekommen, das passiert halt. Ich meine, was können sie denn da? Ich glaube, das ist ja nur, also du kannst schon eine Strafe für kriegen, aber naja, gut. Okay, meine Lieben, ja, das war es mit dem Mini Cooper. Stimm nicht ganz, weil wie ihr gesehen habt, Ventildeckeldichtung werden wir auch noch machen, aber das erst irgendwann, viel, viel später. Ich kann mal hier die Aufnahme beenden, ne? Wie geht denn das, ne? Ähm, das machen wir auf jeden Fall. Hat der den dann diesmal weggeschaut? Ja, 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 aufnahmesichern, macht der den. Äh, das machen wir auf jeden Fall, da machen wir auch ein Video von, wie wir Ventildeckeldichtung, weil die ist, ich weiß nicht, wer die da so eingeklebt hat. Also, wenn man eine Ventildeckeldichtung einklebt, alles schön und gut, aber man matscht da nicht, äh, weiß ich nicht, 10 cm dicke Wurst und dann drückt man das da drauf, äh, Katastrophe. Egal. Gut. Ich würde sagen, das soll's für das Video gewesen sein, kurzes, knappes Video, nochmal kurz ein Update zum Mini Cooper. Er läuft jetzt, es funktioniert. Äh, wie gesagt, die Fehlersuche, wie wir rangegangen sind, könnt ihr euch gerne nochmal angucken bei uns und, äh, wie gesagt, gilt auch für alle Motoren. Ich würde sagen, meine Lieben, ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Video jetzt noch fandet und wir sehen uns im nächsten Video, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. .